Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Cubeman! Joa, erstmal kurz, äh, Starterklärung, ähm, beim letzten Mal, ja, es war, die Aufnahme war ein bisschen, hm, nicht so doll, aber dieses Mal wird's wieder besser, es wird Action geladen. Ich hoffe nur, mein Computer macht mit, weil der macht momentan ein bisschen Zickereien, da hab ich ein paar Probleme. Ja, das wird schon, gut. So, die nächste Karte soll auch wieder schwer sein, Schwirli, oder Swirli. Okay, beginnen wir mal einfach, machen wir mal wieder neue Farben, wir sind grün gegen gelb. Mal sehen, wie's wird. Huaha, okay, also, ja, ich glaub, das hatte ich beim letzten Mal ja schon gesagt, wir sind in der Mitte. Gucken wir mal einfach, also ich mach als erstes, ja, möglichst, ah, wir können auch nach oben. Weiß ich nur nicht, ob das so intelligent ist, hm. Hm, mal sehen, gucken wir uns die Karte kurz mal von oben an. Joa. Schöne Karte, sehr schöne Karte. Jetzt sagt er wieder, dass wir neue Gegner hätten. Soll denn das? Stimmt doch gar nicht, die kennen wir doch schon alle. Oder sind das neue? Ne, das sind doch keine neuen. Hm. Merkwürdig. Okay, hier sind leichte Grafikfehler, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Kann ich euch leider nicht erklären. Okay, man kann hier nur so schlecht wieder reingucken. Oh, nee. Oh, 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 die S-Ronne verhauen wir jetzt gleich schon, oder was ist hier los? Nein. Ist doch nicht in die... Hallo, wo... Ja, gut, egal. Nein, jetzt geht er hoch. Oh. Gut, ich hol die Damage-Kiste. Du holst die Dings-Kiste. Ja, 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 das kann doch nicht wahr sein hier. Gut. Damage. Ah, reicht nicht. Freeze! Oh, nein! Ja, das ist vorbei. Das ist... Die Sache ist schon gelaufen. Ein Leben noch. Und tschüss. Na, das ging ja schnell zu Ende. Toll, super. Gut. Äh, ja. Wizard-Level. You lost. Gut, diesmal aber besser. So. Start. Wir setzen die gleich oben drauf am besten. Hier, Freeze-Kiste. Geh da hoch. Geh da hoch. Na, hoffen wir mal, dass es diese Runde uns mehr gelingt. Okay, wir haben die erste Freeze-Kiste. Ja, Damage-Kiste. Sehr schön. Die ich wahrscheinlich auch nutzen werde. Gerade bei diesen Viechern hier. Wie? Da ist einer. What the hell? Gut, wir können einmal Freeze benutzen. Wieso kommt er rein? Alter, ja, ja, kann ich ja... Oh. Gut, warte. Okay, ist rüber. Holst du die Damage-Kiste. Heilige Granat. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Backe. Das wird hier... Lauft nach vorne. Ja gut, da müssen wir wohl... Damage. Auf jeden Fall. Gleich. Nein, 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 nein. Dürfen nicht rein. Verdammt. Was ist denn hier los? Was hier gerade abgeht, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann es mir gar nicht erklären. So, benutzen wir einfach Freeze. Was soll's. Oh, Backe. Das sieht gar nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Packen wir hier noch einen hin? So, die nächsten Gegner. Kost, Bro. Oh, nein. Jetzt geht's los. Verdammt. Verdammte Axt hier aber hoch. Oh, oh, nein. Nein, nein, nein. Nicht rein, nicht rein, nicht rein. Ein Glück, Alter. Okay, wir sollten uns möglichst schnell irgendwie Raketen werfen wollen. Kann doch nicht wahr sein. Oh, oh. Ja, super. Der Nächste ist drin. Ich glaub's nicht. Der hat jetzt irgendwelche Probleme. Ja, komm, dann können wir auch einen Motri reinsetzen. Das ist jetzt... Ja, super, super, super. Na toll. Kann sich gerade nochmal von oben an. Keine Möglichkeit. Das wird heute nicht leicht. Das wird heute überhaupt nicht leicht. Wir haben noch ein Leben, genau. Ein Leben. Da hin. Oh, okay. Ja, von allen Seiten kommen sie verdammt. Ne. Und tschüss. Wir haben verloren. Oder? Oder? Ja. Ja. Game over. Ah, verflucht. Ja, da bin ich da. Das bringt uns auch nichts mehr. Okay. Das kann doch nicht sein. So, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Ich hab noch ne Idee. Ist aber auch relativ riskant. Gut. Gut. Schicken wir den ersten da hin. Den zweiten da hin. Dann müssen wir das jetzt wohl alles ein bisschen anders justieren. Brauchen wir auf jeden Fall eine Menge Geld. Okay, die nächsten kommen da. Ich mach mal kurz von oben der Sicht. Weil wir müssen hier ziemlich schnell hantieren, würde ich sagen. Wenn meine Idee funktionieren soll. Und da sind wir schon leider zu lang, zu spät. Okay, okay. Na los, 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 los. Oh, Backe, oh, Backe. Ganz schnell da hin. Ganz schnell da hin. Bevor die kommen. Ich seh schon. Das wird wieder... Hätten wir doch vielleicht das Päckchen holen sollen. Das tu ich jetzt auch mal eben. Komm, 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 komm. Wir müssen nach da. Wir müssen unbedingt nach da. Oh, 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 oh. Damage. Ja, und der erste ist wieder drin. Na super. Na super. Wie soll man das denn schaffen? Alter. Und freeze. Dann hole ich mir den mal. Und der nächste ist drin. Ja, der nächste ist drin. Okay. Ah, das kann noch nicht sein. Was soll man dagegen denn machen? Ja, super. Der nächste ist drin. Und die nächsten zwei sind drin. Wir haben noch drei Leben. Ja, und da ist es zu Ende. Boah, ey, das glaube ich nicht. Game over. Super. Da haben wir ja heute mal richtig schön Probleme. Oh, komm. Das... Ich will das schaffen, Alter. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Oh, komm. Und da. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wie mache ich das denn? Der will auch irgendwie gerade nicht nach da gehen. Ja, sehr schön. Oh, ist mir das gerade... Ich hoffe, das hat nicht geknackt. Ei, 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 ei. Läuft ja heute schon wieder alles schief hier. Na super, na super, ja. Die Runde können wir auch schon wieder vergessen. Was mache ich falsch? Das Level ist verpflichtet. Das ist schwer. Ja, Ende. Oh, nee, du. Wie machen wir das? Kann man das? Geht das? Ah, Mist. Geht nicht, schade. Okay. Setzen wir dich da auf. Setzen wir dich da auf. Und setzen wir dich mal eben da rauf. Gleich gefreezt, gleich ge... No, jetzt kommt er wieder nicht rauf. Was soll denn der Mist? Na super. Na ja, super. Da kommt der nächste hin. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert, aber ich sehe schon, es wird auch schon wieder nichts. Freezen. Zack, gefreezt. Damage-Kiste. Hol ich mir sofort. Mach Damage. Mach Damage. Danke, geht doch. Ja, super. Da fehlt er schon wieder. Oh, Backe. Brauchen wir Raketenwerfer. Wir sparen uns einfach bis zum Raketenwerfer. Ist egal, was passiert. Ja, super. Ja, super, danke. Oh, nein. Was soll ich machen? Ich brauche Hilfe. Wie soll ich das denn lösen? Ach, du heilige Kanad. Raketenwerfer, Raketenwerfer. Ich brauche Raketenwerfer. Ich brauche Raketenwerfer. Jetzt kommt er wieder nicht hoch. Das ist das Nervige. Und dennoch diese Bugs, dass sie da nicht hochkommen und sonst wie. Nee, du. Ja, toll. Das kann noch nicht wahr sein. Und der nächste ist drin. Na, wie schön. Alter, ich setze jetzt nur noch hinterher. Ist mir egal. Das kann doch nicht wahr sein. Da ein wieder rauf. Ein Walkie haben wir. Ein Walkie. So, ich spare jetzt auf den zweiten Walkie. Mal gucken, ob das denn was wird. Wir haben noch drei Leben. So. Der kommt jetzt gegenüber drauf. Man, man, man. Echt hier. Los, Walkie, Walkie, Walkie. Go, 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 go. Wir brauchen Rocky. Oder Ricky. So. Zack, der dritte. So, jetzt kann uns nichts mehr schlagen. Das müssen wir jetzt schaffen. Ei, 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 ei. Aber das ist ein... Warte mal kurz. Ei, ei, ei. Aber mich wundert mich... Ich bin froh, ich bin froh, dass es wenigstens nicht... Naja, okay. Ich will es jetzt sagen, dass es nicht leckt. Jetzt leckt es doch. Nun gut, ich kann nichts dafür, weil mein Laptop macht momentan irgendwie Spacken und ich habe keine Ahnung, weswegen, wieso, warum. Und ja. Und die Welt halt. Komm, das schaffen wir. Money. Okay. Gehst du runter? Weil da kommt jetzt leider ein Ricky drauf. Wir sollten den nächsten Platz schon mal frei machen. Na, oder dahin. Weil der nächste Ricky ist in Anmarsch. Uns fehlen noch sechs Cubes. Okay, ich kann die nächste Runde einläuten sogar. Mal ausnahmsweise. Oh, jetzt leckt das hier. Verdammt, warum? Verstehe ich nicht. Mein Computer macht momentan Zicken. Ist leider so. Tut mir leid, Leute. Nächster Ricky drauf. Nächster Ricky drauf.